Erzählen Sie mir alles, was Sie noch wissen. Ich weiß, dass Logan mich gefragt hat, ob ich schon gehen darf. Als Sie rausgehen wollten. Ja, und dann bin ich auch rausgegangen. Du hättest mir das mit Nate erzählen müssen. Ja, das wollte ich ja auch, aber ich hatte Angst, dass du hier einfach abhauen würdest und so war's ja dann auch. Auch wenn das heute noch so schlimm war, wir können daraus unsere Schlüsse ziehen. Und Clay, ich hoffe, Ihnen ist jetzt endlich klar geworden, dass Sie sich jetzt als allererstes Mal um sich selbst kümmern sollten.